Was ist der Nutzen, den ihr von der Partnerschaft mit Pest of Swiss Gastro habt? Also wir gehen als allererstes nicht an den Nutzen, sondern natürlich, schlussendlich, es sollte natürlich etwas geben, wo wir sagen, wir können davon profitieren, aber das ist nicht unser Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, wir sind in einer Gastronomie tätig und aufgrund dessen versuchen wir natürlich auch logischerweise, jetzt auch in einer schwierigen Zeit, die Gastronomie zu unterstützen. Und wir machen das aber auch vorher, weil ich denke, wir müssen auch zeigen, was wir für die Gastronomie machen können und uns damit auch vernetzen. Das ist eigentlich unser Hintergrund.